Jenny Wanda Barkman, die im KZ Stuttgart arbeitete, nannten die Häftlinge die verrückte Jenny und den schönen Geist. Dieses schöne Mädchen war berühmt für seine unglaubliche Grausamkeit. Barkman soll so gehasst haben, dass nach der Hinrichtung ihre Asche in die Toilette des Hauses, in dem sie geboren wurde, gespült wurde. Über die Kindheit und Jugend von Jenny Wanda Barkman ist nicht viel bekannt. Sie wurde am 22. Mai 1922 in Hamburg in einer ehrarmen Familie geboren, ihr Vater war nicht der Seemann der Handelsflotte, sondern der Hafenarbeiter. Mit 18 entschied sich das Mädchen, ihr attraktives Aussehen zu nutzen und ging als Fotomodell zu arbeiten. Doch im Januar 1944 wechselte Jenny plötzlich ihren Beruf und machte sich im polnischen Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig einen Job als Aufseherin. Was hat sie dazu bewegt? Vielleicht ein hohes Gehalt und die Aussichten auf eine Beförderung auf der Büroleiter und vielleicht sadistische Neigungen. Barkman zeichnete sich jedenfalls durch eine völlig unerklärliche Brutalität gegenüber den Gefangenen aus. Sie liebte es, Frauen zu Tode zu schlagen und schickte Gefangene, darunter Frauen und Kinder, persönlich in die Gaskammern. Wenn jemand unter ihre volle Kontrolle geriet, könnte sie ihr Opfer brutal gefoltert haben. Äußerlich war Jenny selbst Charme und Charme, und sogar mit einem Hauch von Intelligenz, sie könnte eher für eine Studentin einer Universität als für eine Aufseherin gehalten werden. Im Jahr 1945 floh Jenny vor der Ankunft der sowjetischen Truppen aus dem Lager. Vier Monate hat sie sich irgendwo versteckt. Wer den NS-Verbrecher versteckt hatte, konnte nicht ermittelt werden. Sie wurde fast sofort gesucht. Ehemalige Häftlinge haben ein ziemlich genaues Porträt ihrer Peinigerin zusammengestellt. Auch in den Stuttgarter Archiven lagerte ihre persönliche Akte mit einem Foto. Eine Militärpatrouille hielt Barkman schließlich am Bahnhof in Danzig fest, als sie versuchte, Polen zu verlassen. Bei Vernehmungen erzählte sie, dass sie die Gefangenen angeblich nicht gemobbt habe, sondern im Gegenteil versucht habe, ihr Schicksal so gut sie konnte, wie sie es Juden immer gut behandelt habe. Jenny versuchte, einen der Wächter des Gefängnisses, den Oberhauptmann der polnischen Armee, Josef Lajas, einen Juden nach Nationalität, an ihre Seite zu ziehen. Sie erzählte ihm auch Geschichten über die Rettung ihrer Gefangenen und inspirierte sie, dass sie versehentlich verhaftet wurde. Sie sagte, wenn sie die Zelle für eine Weile verlassen dürfte, hätte sie Dokumente finden können, die ihre Unschuld belegen. Anfangs war Lajas mit Sympathie für ein schönes und bescheidenes Mädchen durchdrungen. Aber bald sah er Dokumente und Fotos, die Beweise für Barkmans Verbrechen waren. Das brachte ihn in Rage, denn auch Josefs Mutter und Schwester starben im Konzentrationslager. Nicht nur die Dokumente, sondern auch die überlebenden Ex-Häftlinge, die im Prozess gegen Barkman aussagten, erzählten, was die verrückte Jenny ihnen und ihren Kameraden angetan hatte. Der von Barkman ernannte Anwalt versuchte zu beweisen, dass sie verrückt war, weil ihr grausames Verhalten nicht gerechtfertigt war. Aber Jenny, als sie das hörte, lachte laut. Sie wurde verurteilt und wegen Kriegsverbrechen für schuldig befunden. Im Gegensatz zu anderen weinte Barkman nicht und betete nicht um Begnadigung, sie hörte das Urteil ruhig und hysterisch. Als der ehemaligen Aufseherin das letzte Wort gegeben wurde, sagte sie, das Leben ist wirklich eine große Freude, und das Vergnügen dauert in der Regel nicht lange. Der vierjährige Barkman wurde am 4. Juli 1946 und 40 gemeinsam mit 14 anderen Kriegsverbrechern öffentlich auf dem Biskophügel in der Nähe von Danzig aufgehängt. Etwa 200.000 Menschen waren bei der Hinrichtung anwesend, unter ihnen war auch Korporal Leijers. Die Verurteilten wurden mit Lastwagen zum Ort der Hinrichtung gebracht, ein Seil um den Hals getragen, dann fuhr der Lastwagen weg und das Seil erstickte den Galgen. Als Jenny Barkman das Seil um den Hals trug, kam der Motor des Lastwagens nicht an. Dann lief einer der ehemaligen Stuttgarter Häftlinge davon und stieß den Ex-Aufseher von Bord. Als alles vorbei war, begannen die Zuschauer, die Aufgehängten zu treten und ihnen die Knöpfe und Klappen der Kleidung zu Souvenirs zu reißen. Es gibt eine Legende, dass Jenny Wanda Barkmans Asche in der Toilette in der Toilette ihres Heimathauses in Hamburg abgewaschen wurde. Aber wahrscheinlich ist es nur ein Gerücht. Damals war die billige Pathetik nicht in Bewegung und niemand würde Zeit und Mühe damit verschwenden, eine Leiche zu verbrennen und dann aus Polen Asche nach Deutschland zu bringen, ja sogar in die Heimat der NS-Verbrecherin. Nach offiziellen Angaben wurden die Leichen aller Hingerichteten in das anatomische Theater von Danzig gebracht, damit sie von Medizinstudenten untersucht werden konnten. Untertitelung des ZDF, 2020